Vor einigen Tagen habe ich über Twitter eine Nachricht von Anonymous Deutschland bekommen. Die Nachricht sah so aus. Anonymous Deutschland ist ja ein Hacker-Kollektiv, was Nomen est Omen eben anonym ist. Und die haben mir gesagt, moin, wir haben kürzlich ein paar Infos über die Schwurbelpartei, die Basis, geleakt. Da wir in diesem Fall nichts gehackt haben, sondern auf öffentlich erreichbare und ungeschickte Daten zugegriffen haben, denken wir hier vielleicht eine rechtliche Einschätzung von Herrn Sommerke sehr interessant für die Community wäre. Ist da was? Machbar. Wir wissen nicht, ob ihr auf Twitter erreichbar seid. Deswegen hier haben wir es auch nochmal geschickt. Ich habe mir dann daraufhin, weil ich die Partei ehrlicherweise nicht kannte, einmal angeschaut, was ist überhaupt die Basis. Und da sagt die Bundeszentrale für politische Bildung, die Basisdemokratische Partei Deutschlands, das ist sozusagen die Basis, wurde 2020 gegründet. Sie ist neben der W2020-Nachfolgeorganisation der Partei-Initiative Widerstand 2020, die im April 2020 von Gegnern der Corona-Pandemie, also Gegner der Maßnahmen, staatlichen Maßnahmen Corona-Pandemie gelöst worden sind. Die ist wieder aufgelöst. Also die erste war gar nicht so lange als Partei. Dann die Basis selbst sagt, wir sind eine Demokratiebewegung, wir haben vier Säulen Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit und Schwarmintelligenz. Und wo sie ist, sagt die Bundespartei für politische Bildung, kann man nicht richtig einordnen im Parteien-Spektrum. Die sagen sowas wie, die Politik hat sich von den Bürgern entfremdet, die Interessen großer Konzerne lenken die Politik, der Rechtsstaat ist ausgehöhlt, also viele verorten sie auch im Bereich der Querdenker ein bisschen. Thematischer Schwerpunkt jedenfalls ist im Landestagswahlkampf Baden-Württemberg die Kritik an den staatlichen Corona-Maßnahmen. Außerdem treten sie gegen verpflichtende Impfungen ein, wobei man fairerweise sagen muss, überhaupt keiner will verpflichtende Impfungen, gibt es überhaupt nicht in Deutschland, jedenfalls keine Corona-Impfungen. Sie schätzen das 5G-Mobilfunknetz als gesundheitsgefährdend ein. Warum 5G gesundheitsgefährdend ist und 4G nicht, erschließt sich mir nicht. Die Corona-Krise zeige, dass die Meinungsfreiheit nicht gewährleistet sei. Es herrsche aktuell eine Zeit der Gleichschaltung. Gesetzliche Gebühren lehnt die Basis ab. Ah ja, Rundfunkgebühren lehnt sie ab. Also damit wird sie auch schon mal einen Grundstock an Abonnenten garantiert bekommen. Das lehnen nämlich sehr viele ab. So, in der Gesundheitspolitik wollen sie Alternativmedizin mit Schulmedizin gleichschalten und in der Schulpolitik wollen sie den Eltern bei der Schulwahl möglichst große Wahlfreiheit einräumen. Das also ist die Basis. Und welche Leute hinter der Basis stehen, wie die Basis mit den Daten ihrer tausende Mitglieder umgeht, das schauen wir uns in diesem Video einmal an. Das ist nämlich tatsächlich etwas skurril, was Anonymous Deutschland hier herausgefunden hat. Und ich schaue mir natürlich auch an, ob das, was Anonymous Deutschland da gemacht hat, vielleicht gar nicht illegal war. Also bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger & Solmecke und lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da, wenn euch rechtliche Themen interessieren. Ja, die Partei, die Basis, die ist manchmal schon ganz lustig. Das mit den 5G-Abschaffungen fand ich interessant, dass Corona-Maßnahmen alle eingedämmt werden sollen. Das wollen ja viele. Also aus diesem Hintergrund ist quasi die Partei entstanden. Aber sie ist nicht so ganz klar fassbar, sagt die Bundeszentrale für politische Bildung. Man weiß nicht so ganz genau, wo sie hin will, was ihre wahren Ziele sind, auch um Deutschland nach vorne zu bringen. Auch die Sache mit der Schwarmintelligenz fand ich ein bisschen strange. Sie sagen, wir wollen auf alle Fälle die öffentliche Grundordnung so erhalten. Wir sind nicht gegen das Grundgesetz. Aber wichtige Mitglieder der Partei haben für die Abschaffung des Grundgesetzes geworben. Manche haben gesagt, sie sollen das gängige System, muss gestürzt werden. Und ein Mitglied relativierte offenbar auf einer Bustour den Holocaust. Das waren schon mal einige der Fakten, die Anonymous hier zusammengetragen hat. Also die Basis ist eben sehr wohl gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, sagt Anonymous Deutschland. Ebenfalls haben sie diese Infos bezogen auf einzelne Mitglieder zusammengetragen. Ob man daraus dann schon schließen kann, dass eine ganze Partei so denkt. Aufgrund von diesen drei Sachen müsste man im Einzelfall nochmal schauen. Das ist ja Sache des Verfassungsschutzes, der ja übrigens die Querdenker-Szene jetzt offiziell beobachtet und damit vielleicht auch einige Mitglieder der Partei die Basis. Aber der wird sich sehr genau anschauen, was Anonymous hier geleakt und ins Internet gestellt hat. Im Internet selbst hat Anonymous dann begonnen, einen Tweet, mit einem Tweet das Ganze zu veröffentlichen. Und in diesem Tweet zeigen sie folgendes. Sie zeigen, bitte, bevor die Basispartei mit die Daten wurden kompliziert geklaut oder geklaut durch Unterwanderung kommt. Nein, sie lagen frei im Netz. Alles, was mit ihrer Software bearbeitet wurde, lag temporär in einem Open Directory für mehrere Stunden zum Download. Kein Passwort und so weiter. Also, man sieht hier oben die URL, so und so die Basis-Partei. Ich glaube, das ist sogar die offizielle Seite, kann das sein? Ja, das heißt, sie haben sogar auf ihre Webseite alles gelegt. Das ist ja auch interessant. Und da lagen eben diese einzelnen Daten, die Ordner, die Anonymous dann einfach runterladen konnte. Und was sie da gefunden haben, war schon durchaus interessant. Es war wohl so, dass ein Mitglied der Partei in dem Zeitraum auch Mitgliederdaten exportiert hat gerade. Und deswegen hat man gar nicht gemerkt, dass da auch seitens Anonymous hier so viel runtergeladen worden ist. Also, das kamen noch ein paar Zufälle hinzu, die Anonymous hier ins Konto reingespielt haben, die denen sozusagen die Arbeit etwas erleichtert haben. Deswegen ist das vielleicht nicht aufgefallen. Was genau wurde geleakt? Man hat, stehen alle Namen der Mitglieder, haben die runtergeladen. E-Mail-Adressen, Mitgliedstelefonnummern, Kontodaten, Arbeitsverhältnisse, Beitrittsdaten, Geburtstage und Details zu vorherigen anderen Mitgliedschaften innerhalb der Parteien. Mit wenigen Klicks sind die quasi an die Öffentlichkeit gelangt. Und auch das hier wiederum zu sehen bei Anonymous. Witzig war, wir haben ja teilweise die Badezimmer auch gezeigt von einigen Mitgliedern. Hier sagen sie, welcher prominente Querdenker wohnt in einer 1,1 Millionen teuren Euro-Villa mit elf Zimmern und diesem schicken Badezimmer und bettelt trotzdem um Spenden. Auflösung heute 20 Uhr. Also auch da wieder, sie haben gezeigt, da gab es uns ja diesen einen, ist eine Mitglied, was gerne das Grundgesetz abschaffen will. Das wohnt eben in einer sehr teuren Villa und sagt allerdings, ja, wir brauchen unbedingt noch mehr Gelder für die Partei. Das ehrlicherweise, das ist jetzt noch nichts, was unwahrscheinlich verwerflich wäre. Es ist ja klar, dass man zunächst mal für seine Partei die Gelder hat, aber wenn man selber dann zusieht, dass man kaum Mitgliedsgebühren zahlt oder wenig Mitgliedsgebühren zahlt und sowas alles von Anonymous aufgedeckt wird, dann lässt das doch zumindest mal zweifeln an den einzelnen Mitgliedern. Dann gab es noch den Rainer Füllmich, das ist ein Anwalt, über den ich hier schon mal berichtet habe. Auch er ist offenbar Mitglied der Partei. Er hat ja diese milliardenschwere Schadenersatzklage angekündigt um die PCR-Tests. Da sollten sich ja einige Leute anschließen. Ich habe darüber auch berichtet hier. Er hat ja gesagt, wir verklagen, ich glaube, Drosten und den Staat. Und es ist wohl wirklich so, es soll Zusagen von über einer Million Euro bekommen haben, um Drosten und Co. zu verklagen. Aber ich hatte ja damals gesagt, bitte beteiligt euch nicht an dieser Klage. Und da war es dann so, dass man tatsächlich ja auch bislang nichts wieder davon gehört hat. Also entweder, also ich weiß nicht genau, was jetzt mit der Million passiert ist, aber ich habe jetzt noch keine Klage gegen Drosten gehört, weil seine PCR-Tests alle nicht funktionieren würden. Aber das war das ja damals. Ich habe ja damals darüber berichtet, über diese Klage und hatte euch dazu geraten, bloß nicht die 800 Euro zu zahlen. Aber offenbar haben 1000 Leute dann doch hier viel Geld gezahlt, um sich dieser Klage beizutreten. Das, da glaube ich ja, habe ich ja damals gesagt, ich glaube ja, das Geld ist futsch. Ihr werdet ja keine Millionen bekommen von Herrn Drosten und auch nicht von der Regierung. Und weiß ich nicht, wer alles noch, Lauterbach, nicht auch noch mit verklagt worden ist. Naja, und der ist offenbar auch Mitglied der Basis, so sagt es hier Anonymous, und zahlt 3 Euro Mitgliedsbeitrag. Das ist wenig für jemanden, der da ansonsten ja ein relativ großes Rad drehen wollte. Damit wird die Polizei sicherlich nicht so richtig vorankommen. Und dann wurden also verschiedenste Veröffentlichungen noch seitens der Basis dann wiederum rausgegeben. Die haben gesagt, es ist nichts an die Öffentlichkeit gelangt. Nee, stimmt, das liegt alles noch bei Anonymous, aber tatsächlich ist es so, dass die alle Daten haben. Anonymous selbst hat dann auch die Mitglieder informiert mit einem eigentlich ganz witzigen Posting, deswegen will ich es euch auch hier nicht vorenthalten. Die sagen, Anonyleaks informiert, sehr geehrter So-und-So, weil die hatten ja die Daten, konnten sie die auch alle anmailen. Wir hoffen, dass du dich gut von deinem anstrengenden Demo-Wochenende gegen die Merkel-Diktatur erholt hast. Also ein Grundwitz haben die Anonymous-Leute, ja. Und haben dann oben noch auf ihr Anonymous-Logo dann die Maske montiert. Hoffentlich, denn jetzt kommt noch ein kleines Betthupferl. All die Daten, die du der Basis-Partei anvertraut hast, wurden von der Partei ungesichert ins Internet gestellt. Wie verantwortungslos. Die standen jetzt einfach so zum Download für jeden, der geguckt hat mit einem Klick. Und wir haben geguckt. Ach ja, wir sind Anonymous, das Hacker-Kollektiv aus dem Internet. Die Rächer der enterbten Beschützer von Witzen und Cat-Memes. Jetzt, weil deine Partei lieber den Umschluss des Systems plans, als sich um deine Daten zu kümmern, wissen wir jetzt alles von dir. Und dann haben die eben jedem Mitglied seine Daten zugemailt. Ja, das ist natürlich dumm für die Basis, dass da jetzt alles öffentlich war. Die haben gesagt, sorry, wir haben hier vertraut dem Server-Vermieter. Der hat auch zehntausende Kunden, aber irgendwie ist hier doch was schiefgelaufen. Aber keine Sorge, die Daten sind nicht im Internet. Also klar, sie hat Anonymous, Anonymous hat die Daten. Und sie waren jetzt, sagen wir mal so, fair, sie nicht weiterzugeben. Wir gucken jetzt mal, was da passiert ist. Und man hatte gesagt, wir haben jetzt Strafanzeige gegen diesen Hacker-Angriff auf die demokratisch legitimierte Partei, die Basis, erstattet. Also das war sozusagen das, was die Basis hier gesagt hat. War das ein strafbares Ausspähen von Daten nach 202a Strafgesetzbuch? Schauen wir uns den mal an. Das war sozusagen einer der Punkte, die hier mit angebracht worden sind, dass man Anonymous dafür jetzt dran bekommt. Wer unbefugt sich oder einem anderen Zugang zu Daten, die nicht für ihn bestimmt und gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert sind, unter Überwindung der Zugangssicherung verschafft, wird mit Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft. Ich fürchte, da wird die Basis nicht so richtig mit durchkommen. Denn wie ihr seht, das muss besonders gesichert sein und es muss unter Überwindung von Zugangssicherungen sich verschafft worden sein. Und so wie sich der Sachverhalt aktuell darstellt, waren die Daten ja im Internet. Man musste nur die URL kennen und da kann man ziemlich klar sagen, gibt es auch einige Gerichtsurteile dazu, das ist keine besondere Sicherung. Also dieser Hackerparagraf wird jetzt in diesem Fall jedenfalls für die Jungs von Anonymous nicht gelten. Hier gab es auch keine weitere Verschlüsselung. Also insofern könnte es sogar sein, dass wenn man die Hacker, ich meine, die mussten die nicht viel hacken, von Anonymous bekommt, schnappen würde. Das ist ja illegal, was die an anderen Stellen vielleicht schon mal tun, wenn sie was aufdecken. Aber hier muss ich auch sagen, eher nicht. Ja, also da liegt eine Webseite, man lädt die Daten runter und hat dann plötzlich die Daten der ganzen Partei, die Basis und sieht, was die so zahlen, was für Mitgliedsbeiträge zahlen, was die da so treiben. Scheint also wirklich alles da online gewesen zu sein. Allerdings, die Partei selbst könnte natürlich in Schwierigkeiten bekommen. Nach Artikel 5 der DSGVO geht es natürlich darum, dass die personenbezogenen Daten in der Weise verarbeitet werden müssen, dass sie jederzeit geschützt sind. Also das ist tatsächlich hier nicht so, dass die technisch-organisatorischen Maßnahmen so eingehalten worden sind, wie es für diese tausende Mitglieder erforderlich gewesen wäre, um diese zu schützen. Das bedeutet wiederum, die Mitglieder könnten einen Schadenersatzanspruch haben gegen die Partei, die Basis, so wie das bei dem Facebook-Leak der Fall war, habe ich ja letztens auch mal drüber berichtet. Ja, jetzt ist die Frage, wie sieht es aus? Ich sage mal so, diese Partei ist ein bisschen schwubbelig, also man weiß nicht so genau, wo sie hin will. Das wird jetzt sicherlich nicht gerade förderlich sein, dass sie da noch mehr Mitglieder bekommen. Gut, so könnte man denken, weil eh nicht ganz klar ist, was da geplant war. Aber hier sieht man, was die Mitglieder gesagt haben, tja, nachdem die Basis sich hacken hat lassen, ist mein Vertrauen in diese Partei schon mal weg. Alle Mitgliederdaten liegen jetzt bei der Antifa. Ich bin stinkewütend. Gibt es dazu eine Meldung? Mir hat eine Freundin geschickt, Anonymous hat es auf Twitter veröffentlicht. Also das sind sozusagen die Sachen, mit denen sich dann die Mitglieder aktuell austauschen und die sagen, wir wenden uns ab von dieser Partei. Auf dieser Partei kann man nicht vertrauen. Ja, also dieser Partei kann man nicht vertrauen. Ich weiß auch gar nicht genau, wie man der jemals vertrauen konnte. Meine Partei wäre es ganz offenbar nicht. Aber das dürfte auch kein Geheimnis sein. Nein, ich befürchte, dass die Basis sich nach diesem Angriff so schnell nicht wieder sammeln wird. Achtung, jetzt kommt ein Witz. Dafür gibt es einfach keine Basis. Boah, der war flach. Okay. Liebe Leute, ja, das zum Hackerangriff von Anonymous Deutschland. Die hatten uns informiert, ein paar Informationen uns rüber geschickt. Fand ich ganz interessant. Ich selbst habe mal geschaut, wer hat hier was gemacht und wo liegen die rechtlichen Probleme. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Abo da. Und wenn ihr mal so exklusive Informationen habt, ihr erreicht uns über E-Mail oder eben wie jetzt hier Anonymous Deutschland über Twitter. Gerne immer her damit. Wir analysieren die Sachen und gucken dann, inwiefern man daraus etwas machen und veröffentlichen kann. Bei so einer Partei wie der Basis, sage ich mal, kann man schon mal genauer hinschauen. Insbesondere, weil die Mitglieder tatsächlich Ansichten haben, die nachgewiesenermaßen nach diesem Leak die demokratische Grundordnung teilweise gefährden. So etwas wie Grundgesetz weg ist einfach verboten in Deutschland. Geht nicht. Was aber geht, ist, dass ihr noch diese beiden Videos schaut. Ich habe da noch was vorbereitet. Wenn ihr noch Zeit und Lust habt, schaut gerne rein. Ich danke euch an dieser Stelle recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen schon wieder. Bleibt gesund. Tschüss und bis dahin. Tschüss und bis dahin.